So, dann machen wir hier ja einen Spritz-Sauer weiter in Half-Half 2. Los geht's hier weiter jetzt. So. Oh, was macht denn er da? Bitte sehr. Diese Waffe war auch mal in so einem Jagdschrauber montiert. Ist fast sowas wie Ironie des Schicksals oder immer nicht? Hol den Schrauber runter und es sollte möglich sein, Eli zu erreichen. Sehr schön. Sehr schön. Geil. Was ist jetzt los? Geil, der Knabe. Das ist der Rischi-Dranner. Na, komm her, Alter. Hm, geil. So muss jetzt sein. Oh, fuck. Oh, fuck. Geil. Lass knallen, ey. Ich geh' rufgeräumt hier. Rischi-Geil, Alter. Okay. So muss jetzt sein. Muss richtig knallen, Alter. Scheiß-Teil, Alter. Oh, wie lang. Geil, geil, geil. Geil. Kom in den hier, ja. Oh, jä-Oh, Jungs. Woa. ... ... ... Junge Scheiße Ah, komm, komm, komm Jawoll Weiter geht's hier So, erledigt So Wenn wir den Scheißdreck da mal aufmachen Wunderbar Krass Alter, wer ballert denn hier schon wieder? So, erledigt Da lang. Man, 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 eh. Komm, hör, du Penner, Alter. Den Weg krieg ich die zerlegen, ey. Komm, den haben wir. Ach, du Scheiße. Jawoll, ey. Erledigt. Oh. Mal aufmachen hier erst mal. Sehr schön. Jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Oh, Scheiße. Einer getroffen. Abweichungssystem. Null. So, vamos aufhören. So, vamos aufhören. wo ist nicht runterfallen werden wir erstmal das Tor aufmachen oh kacke Oh, boah, ja, ja, ne Schuhe, gell. Boah, alter. Sehr schön. Ja, hier sind wir auch richtig, wunderbar. Wir haben etwas. Okay, es ist menschlich. Hallo? Nur keine Panik, Sie sind jetzt in Sicherheit. Bitte verzeihen Sie die Überprüfung, wir können kein Risiko eingehen. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Sind Sie das? Wie sind Sie so schnell hergekommen? Da wird Eli ja überrascht sein und erleichtert. Ich bin Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. Ich hatte von Ihnen schon vor der Black Mesa Sache gehört. Oh, Black Mesa. Ich beneide Sie so, dass Sie damals mit Eli und Dr. Kleiner arbeiten konnten. Ach, das wär's. Sie können jetzt durch. Dankeschön. Weiter jetzt. Ich bringe Sie sofort zu Eli. Er würde mir nie verzeihen, weil ich Sie behalten ließe. Wir können hier auf jeden Fall etwas Hilfe gebrauchen. Wir haben bislang schon viel erreicht, aber es würde so viel schneller gehen, wenn wir mehr Leute mit Ihrer Ausbildung hätten. Wir stehen kurz vor einer verlässlichen Teleport-Technologie. Etwas, was die Combine nie geschafft haben. Eli glaubt, Ihre Portale sind stringbasiert. So wie beim Kalabi-Yau-Modell. Doch Sie haben die Dunkelenergie nicht berücksichtigt. So können Sie zwar herkommen, aber sobald Sie hier sind, brauchen Sie den hiesigen Transport. Wenn Sie wüssten, was wir mit Verschränkungen machen. Komm, Rinnia. Ach, hören Sie nur. Ich klinge wie ein Post-Doktorand. Ich freue mich nur so darauf, endlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dann drückst du den Knopf. So, weiter geht's. Ach ja. Dr. Kleiner konnte das Zen-Relais viel stärker komprimieren, als er je erwartet hatte. Wir wissen nun, wie wir Zen quasi als dimensionale Wurfschleuder verwenden können, sodass wir durch die Grenzwelt schwingen und zum lokalen Raum zurückkehren können, ohne sie zu passieren. Oh, hier ist Eli. Okay, gut. So, warte mal. Wunderbar. Eli, schau, wen ich gefunden habe. Gordon Freeman. Lass dich man schon, Junge. Mein Gott, du hast dich keinen Tick verhindert. Wie machst du das nur? Ah, wann war das? Du solltest doch nach der Resonanzreaktion Hilfe holen. Ha, ich hätte nicht gedacht, dass du dafür so lange brauchst. Jedenfalls willkommen im Labor. Ist nicht Black Mesa, aber für uns ist es genug. Jetzt, wo Dr. Freeman hier ist, wird es fast so sein wie in Black Mesa. Ganz genau. Leute mit MIT-Abschluss sind heutzutage knapp. Wir lassen dich vom Schutzanzug wieder in den Labormantel wechseln. Ich beende hier nur schnell was, dann kümmere ich mich darum. Ja, ich guck. Dr. Freeman, es ist mir eine Ehre. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ja, ich guck. So, warte jetzt. Ja, ich guck mich um. Ja, hier gibt's doch nichts. Hm, umsehen. Hm, aha. Ja, muss ja gleich die Eute hier kommen, wa? Oh, Dr. Freeman, bleiben Sie bei Eli. Gehen Sie, ich komme nach. Okay. Ja, halt nur bewusst, dass sie heute kommt. Ja, halt nur bewusst, dass sie heute kommt. So, dann machen wir mal ganz saftig Stopp und machen dann in der Sputzigung in der nächsten Runde weiter Haut da rein.